Ich heiße Moritz Böhm und bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Münster in Deutschland. Die Studienvoraussetzungen hier sind sehr gut, weil wir in meinem Studienfach als Gruppe zusammen sind und alles zusammen haben, jedes Fach. Das heißt, jeder weiß, was am nächsten Tag los ist. Es ist sehr schön, dass wir mit den Lehrern ein sehr persönliches Verhältnis haben. Wir sagen Du und den Vornamen und wir können dir alles ansprechen und die haben immer Zeit für uns und sind immer nett. Und des Weiteren gibt es diese Group Rooms, wo wir unsere Projekte selbstständig lösen und uns dahin zurückziehen können und immer einen Ort haben, wo wir nicht gestört werden und wo wir zusammen mit dem Team unser Semesterprojekt bearbeiten können. Die Philosophie, selbstständig an seinem Projekt zu arbeiten, sehr interessant ist und man nicht nur kurze Hausarbeiten hat, sondern über das ganze Semester die gelernten Theorien oder alles Mögliche aus dem Unterricht direkt anwenden kann und ja, das ist sehr interessant und allgemein. Dänemark ist ein schönes Land, Rooms ist eine schöne Stadt und die Leute sind nett und warum sollte man es nicht weiter empfehlen?